Ekaterina Leonova wird von einer romantischen Geste überrascht. In ihrer Umkleidekabine findet die Let's Dance-Tänzerin einen Strauß aus 50 roten Rosen. Auf der beiliegenden Karte steht lediglich heimlicher Verehrer. Sichtlich gerührt teilt sie dieses Ereignis mit ihren Fans auf Instagram. Ich komme ins Zimmer und ich habe Blumen im Zimmer. Wer hat mir das geschickt? fragt sie sich. Die Bedeutung der roten Rosen ist eindeutig. Sie stehen für Leidenschaft und Perfektion. Doch wer steckt hinter dieser geheimnisvollen Aufmerksamkeit? Die Anzahl von 50 Rosen wirft natürlich Fragen über die Absichten des Absenders auf. Ihre Fans spekulieren bereits eifrig über die Identität des romantischen Blumenboten. Schon vor einigen Monaten erlebte Kathy Hummels eine ähnliche Überraschung. Ekaterina begeistert nicht nur auf der Tanzfläche mit Talent und Charme. Seit ihrer Teilnahme bei Let's Dance zieht sie das Publikum in ihren Bann. Abseits der Bühne hält die gebürtige Russin ihr Privatleben meist unter Verschluss. Doch auf Social Media betont sie, dass sie die Hoffnung auf die große Liebe nicht aufgegeben hat. Da kommen die 50 Rosen ja gerade zur richtigen Zeit. Es bleibt spannend, ob Ekaterina bald mehr über ihren geheimnisvollen Verehrer verrät. Ihre Fans sind jedenfalls schon jetzt ganz aus dem Häuschen. Weitere Details sind bisher nicht bekannt. Wir dürfen also gespannt sein, wie sich diese romantische Geschichte entwickelt.